weil genau am gaius garten gibt es noch ebenfalls einen schiff der schiff wird mir nämlich direkt auf die andere seite von diesem ding hier ja das war die falsche shift richtung ich bin nämlich hier gelandet ja hier gibt es nichts zu schiften hier wüsste ich auch nicht wo ich mich hinschiften könnte äh falscher weg richtiger weg und ja ich habe das gefühl ich müsste von der seite kommen um hier alles auf zu kriegen aber dass wir kurz in die richtung wird noch mal gucken hier wäre auch noch der goldschlüssel den wir bereichten hier aufzukriegen ja sachen die ich noch so einigermaßen in erinnerung schlagen wir das hier mein trotz war eine weile komme ich jetzt mal ein bisschen naja das feuer macht auch nicht viel mehr extra der mensch oh ich bin ein paar weile auf slasches so shall these are forever live Wasser. Wenn ich da draus Wasser trinke, passiert was Gutes. Okay. Anstatt auf der Note. Ja, die kennen wir bereits. Okay, wo finde ich jetzt gerade mal auf die Stelle Wasser? Ich hätte halt Wasser hier, aber ich kann das nicht einfach so... Ne. Naja, ich wüsste, wo ich Wasser finde. Da auch nicht so wirklich. Das kann man nicht einschlagen. Dann gehen wir mal kurz zurück. Wir sind ja gleich hier oben. Voll health, aber... Ansonsten nichts. Ich wünsche, das würde auch satt machen. Okay, damit haben wir das auch abgedeckt. Hier in der Schmiede waren wir bereits. Hier geht's runter nach da, da geht's da durch und dann da runter. Ach nee, hier geht's in den Madness-Teleporter. Ja gut, dann... ...haben wir eigentlich nichts anderes mehr. Können wir gleich hier runter? Ja, können wir gleich hier runter. Und ja, was die obere rechte Ecke bei jedem angeht, habe ich so das Gefühl, dass das... Ja, hier auch. Dass wir nach und nach wieder nach oben kommen dürften. Oh, ich bin wieder hier. Jetzt... Wie muss ich weiter gehen? Ach, da runter. Da geht's da hoch. Ich will aber... ...da hinten runter, genau. Hier rum. Kann ich hier durch abkürzen? Das sieht übrigens auch cool aus hier. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist oder ob das ein Bug ist. Also... ...verplant war. So, hier durch. Sind wir schon mal hier. Das hatten wir ja eigentlich schon mal. Genau in der Grabkammer von... ...vom Erzmagier... ...war ja auch noch was. Okay, so haben wir nur das Game gesaved. Ich glaube in der Kammer, in der wir die Leiche des Erzmagiers gefunden haben... ...war auch noch ein Shift. Oder? Nein. Aber du kommst mir grad richtig. So. Äh... Die Author of Light. Ich dachte eigentlich, weil er ja auch geschrieben hat, er möchte zum... ...Altar des Lichts. Aber wahrscheinlich ist damit... ...ist das hier nicht der Altar des Lichts selber, sondern wir müssen noch tiefer. So. Hier hätte ich halt jetzt einen Blue Gem. Das war Menü, das wollte ich nicht. Ich hatte hier noch ein Secret. Das habe ich eingetragen, ja. Da. Das ist der Teleporter A. Weil wenn ich hier schon bin... ... 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 ist gar keiner zum drücken. Aber ich weiß, es gibt hier noch ein Secret, an das ich noch nicht gekommen bin. Die Kombination war schon mal nicht. Also 7 und 2 war es nicht. 7 und 1 war es auch nicht. Ne. Höchstens anders drum vielleicht. Nein. Vielleicht 7 und 6. Wo ist 6? Auch nicht. Weil wenn ich schon hier hungrig bin, kann ich gerade die Kombinationen durchprobieren. Um an das letzte Secret hier zu kommen. Ich habe so das Gefühl, es ist auf jeden Fall Nummer 7. Was ich drücken muss. Aber 7 in welcher, mit welchem zusammen? Rom November 7, kurz ein und schussbar ein. oft ist mir uch. Nee. Tja, das bringt uns dann auch nicht weiter. So, jetzt nehme ich zurück, Scotty. Wir gehen wieder nach unten. Gucken mal, was uns dann da erwartet. Wo ich jetzt gleich hingehe. So. Das habe ich mir fast schon gedacht. Jetzt, du hattest einen Zauber. Nee, nicht hier. Squall Burst. Wow. Okay. Okay. Mm-hmm. Vielen Dank.